Hör mal, das darfst du aber auf keinen Fall sagen. Und dann hat er mich darüber aufgegangen, dann habe ich begriffen, dass ich tatsächlich hier einem großen Fehlverständnis aufgesessen habe. Jetzt kurz zu dem Prozess. Wir haben uns ein bisschen darüber Gedanken gemacht, aber hat er gleich viel selber. Ist in sich ein äußerst politically incorrect? Das ist sozusagen die ganze Ausgangsposition. Diese EU hat immer in der amerikanischen Gesellschaft, in der amerikanischen Kultur, vor allem auch bei Weiß, zu außerordentlichen negativen Reaktionen.